Gucken wir nachher mal welche Dachziele da gerade fliegen gehen. Geh mal mit der rein, Schatz. Geh mal mit der rein. Geh mal weiter rein mit der, bitte. Hör auf, hör auf. Unser Nussbaum hält aber gut. Ja. Mama, rufst du mir an? Ja, ich ruf ich meine Oma an. Aber dann komm ich nicht durch. Nein, 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 nein. Mäuschen, ist doch gar nicht so schlimm. Ist doch nur Wind. Ist doch nur Wind, Herzchen. Und die Blätter. Ja. Und die Blätter, Blätter. Ja. Ja. Der kippt aber. Der Baum. Ja, dann lass ihn kippen. Dann lass ihn kippen, Schatz. Dann ist er weg. Dann hat sich das Thema direkt erledigt. Oh nein, 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 nein. Was ist das hier dann? Jetzt kommt Regen. Oh nein, nein. Oh nein, 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 nein. Und nein, und nein. Und nein, und nein. Und nein, und nein. Der Nutbaum. Und nein, nein. Papa ist auch da, Schatz.